Viele Menschen sagen, Schokolade macht glücklich. Ja, jetzt brauche ich hier ein Kretchen hinter mir. Naja, ist gar nicht so schlecht, komm mit. Ich köpfe. Da haben wir hier gleich deinen ersten Kassenautomaten. Ach, die Dinger. Äh, Bankautomaten meine ich. Bankautomaten, geil. Matthias sagt, wenn du ihm folgst, zeig... Hier kommt noch was. Klingt wie ein Kerl. Also... Was fressen die denn? Ach, sind ja doch riesen, oder? Oh. Halt, ey. Nicht, nicht, doch, nicht, doch, nicht, doch. Mach nur, mach nur. War nur ein Warnschuss. Oh Mann. Jetzt hab ich noch eine Granate geworfen. Ne, ne. Doch, im allen Wetter. Erst nicht selber. Oha. Ich hab bloß eine Kohle irgendwie, ne. Schwarz ist blieben sehen. Beim Umtippen immer. Mein Arm ist wieder weg. Das kennen wir schon. So, rein, rechts, hin, noch in die Ecke. Da hinten, ganz hinten. Ah, hier. Powerbank. Was musst du da machen, Frank? Nur hingehen. Ach ja, blub, blub. Muss direkt davor stehen, deswegen. Oh, jetzt kann ich erst mal meinen blöden Arm wieder dran spielen. Oh, hör's ab. War die Capco. Oh. Ja, wäre richtig gut. Ja, geil, genau. Na, gucken. Oh, ja. Da war's definitiv. Hm. Ja. Familien. Aber jetzt noch zeigen uns damit ein paar financieren. Ja, sie haben mali, fünf�� friere, Si, me Statesch. Nein. Da ist der Nächste. Ich laufe nicht wieder weg, einfach. Weil die Tumsinn. Was? Es hängt, mein Spiel hängt. Was ist denn das hier? Willst du mich verarschen, Sarai? Da rennt ja noch. Da rennt ja noch Eingang rein, während ich auf ihn schiebe. Ey, hier, ich hatte komplett Freeze. Alter, es hier ging gar nichts mehr. Ich sehe aus. Ich habe langsam von Streets die Schnauze voll, Alter, hier. Den hätte ich gehabt, den hätte ich so schön. Komm, hör auf. Mega weg. Geil. Nückel. Arm ab, nückel. Der noch, der noch. Arschloch. Da ist noch einer, den du nicht schießt, Alter. Oh. Oh, weißt du, da freust du dich, dass du den... Oh, diese... Junge, nee. Danke. Ey, nie wieder auf diese Scheiße, Alter. Das ist richtig der letzte Dreck. Und dann hängt das hier noch. Das wäre jetzt Nummer 42 gewesen. Das kommt ja rein, Alter. Ja. Den musst du umbringen, ich kann mich nicht bewegen. Ja, pack das Ding weg. Gut, auch wenn sie weg draußen sind, dann... Na, wenn sie draußen so weit weg sind, lass er. Ja, auch. Der steht direkt drüber dem Fenster. Ich komm da rein, Scheiße. Oh, ey, wie rammelt denn der hier rein? Nein. Und was bist du leer? Die sind hier drin, ja? Wie viel sind denn das? Ich hab, ich hab, das bin ich. Okay. All was? Ey, ich hab's auf Video, das muss ich dir zeigen, wie da hier reingerammelt ist. Ey, da bist du schnell wie wir zwei zusammen. Was? Das geht gar nicht. Okay, das hab ich noch nie gesehen. Was war denn das, bitte? Wie schnell kann SKF rennen, ja? Wollte ich mich verarschen. Ohne sie. Der war schneller wie meine Kugeln. Das hab ich noch nie gesehen. Da fängt die auch mit den Zähnen. Gut, dass der eine jetzt ne Muskeln hat und nachladen musste. Sind meine Magazine leer? Ja, hey. Sind wir, ich hab schon konkret passen, machen wir. Ich spinn doch. Bist du nicht noch mal? Oh. Beinah. Oh, mir hat nicht gewonnen. Und, 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 und. Oh ja. Es fehlen nur noch sieben. Es fehlen nur noch sieben, Plangie. Die, die schaffst du noch. Mhm. Ich denke mal, hier drinnen werden noch einige im Hof kommen. Mhm. Du schweine, alter. Nicht zu passen. Ja, jene, das war wieder ein Muck. Nur schneller. Das hab ich noch nie gesehen, ey. Also, wundermal. Jetzt bin ich nur leckt und will nach vorne und schnippst dann. Aha. Und der ist normal gelaufen. Bloß eben wie vorgespult. Die spinnen doch. Die spinnen doch nicht. Ich bin der Mann, aber ich bin der Mann. Und, 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 lass sehen, lass sehen, lass sehen, lass sehen. Oh ja. Ja bitte. 44. Geil. Hormosen hier. Ja gut, Alter. Na ja, wollen wir weiter? Einer noch rein, weiß ich. Oh, bitte gerade. Hm. Der wird ganz schwummrig, wenn ich reingucke. Oh, das raus. So, bloß noch Pantagen, weil ich hab nur noch eine Aufladung. Ey, jetzt hab ich so drei Mini-Pantagen mit rein, also zwei, zwei, zwei von zwei und dann noch die eine von vorhin. Ja, jetzt hab ich nur noch eine, ich hab schon noch zwei Mini. Da vorne steht einer. Was? Da vorne steht einer. Da, 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 er kommt. Wo? Da hier am, 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 am wohl, mein Handy angezeigt. Zwei. Ich schau ab, ich geh rein. Und die Arme wieder weg. Ich hab bald die Faxen dicke hier. Immer zu Arme, ja. Es regt mir auf, Alter. Nee, lass, 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 lass. Nur wenn sie reinkommen, ja. Ja, nur wenn sie reinkommen. Den Ehen hab ich schon fast runtergeschossen. Da hätte noch eine Kugel gebraucht. Und, und, und? Lass sehen, lass sehen, lass sehen. Oh ja, nur noch Fynn. Aha. Oh ey, auch die Heilung schon wieder aufgebraucht. Wir brauchen so bald jetzt drei Ifaxen hier. Geht runter. Ja, ich hab hier zwei, äh, und, und, und noch das Dings, das Grizzly, aber, ey, was ist da? Das ist, die müsste reichen. Und noch eine Aufladung CMS, Alter. Nee, ich kann meine Arme gar nicht mal reparieren. Nur noch einen. Das ist dumm. Das ist ein Wahnsinn, ist das, ey. Nicht normal. Immer die Arme weg, immer die Arme weg. Ja. Da kommen, da kommen mal einige nach. Ja, dort, am recht, am link. Und, 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 und? Der hat gefehlt. Der hat gefehlt. Oh, hier, die Fingst gerade, oder? Ja, hab ich gesehen. Ich hab's geh geholt. Ja. Packet, packet, was vier war hier oben gerade. Oh ja, nur noch vier. Jetzt machen wir das immer, da kommen noch mehr. Da kommt noch mehr, gleich. Was meinst du? Das kriegen wir hinterher. Da legt einer mal draußen rum. Die wollen mich. Man könnte noch mal in die Garage runtergucken. Da sind ja auch 35 Meter manchmal welche. Oh doch. Da kommt der nächste. Ja, ja, die kommen irgendwo da. Da, am recht am Haus, wo er eben war. Was? Da, da vorn? Da, wo er eben war. Ja, der dreht sich im Kreis schnell. Ja. Habe ich ihn? Nicht, ja. Ja. Lass sehen, lass sehen, lass sehen. Ich hab nämlich nur noch durchs Gebüsch geschossen. Ich hab ihn da nicht mal gesehen. Oh ja, nur noch drei. Nur noch drei. Ja, kommen wir rein. Wir gehen noch mal raus hier. Ich bin hier wieder da, wo wir vorhin waren. In dem Einkaufsladen. Da kommen eh kleine Leute. Wirst du sehen? Meinst du? Ja. Da kommt der nächste. Oh ja. Sobald ich ja in der Tasche bin. Was? Okay, da hast du. Ah, die Daily habe ich geschafft. Die Daily habe ich geschafft. So, ich gucke nochmal raus hier. Zwei brauche ich noch. Die kommen gleich wieder. Geh' mir Angst. Seh' dich an der Tasche. Die trauen mich gar nicht rein zu gucken. Na, guck rein. Ich pass' auf. Die kommen gleich wieder. Oh ja. Das war ja einziges. Wahrscheinlich. Letzter. Oh. Es kommt keiner mehr. Na gut, die zwei kriege ich auch noch auf dem Weg zum Automaten. Ja. Na dann, komm mit. Gibt's denn alle? Alles hat ja Ende. Irgendwann. Irgendwie, ja. Man möchte es kaum glauben. Oh, die unerschöpfliche Quelle ist schon versiegt jetzt. Da seh' ich keinen. Nein. Hier, das mein' ich. Die Baustelle ist ja halbiert. Da sind keine 35 Meter von Eingang bis hier. Nee, nee, nee. Das ist zu wenig. 12, 13. Das ist ein paar Panzer kommen. Ja. Unsere Chance. Vier selbstdenkende Achsen, ja. Oh. Hab' ich gar nicht aufgepasst jetzt. Hast du sie sehen, ja? Mhm. Krass. Geht gut, das Ding. Ja, das ist er doch. Oh. Oh, na. Jetzt hockt er sich und kriegt einen in die Fresse. Oh. Mann. Na ja. So, auf zu deinem Automaten. Allgemein von der Platten. Hm, warte mal. Was ist der? Sie wird sich wahrscheinlich nie alle finden. Na, ich hab' glaube auch nicht mehr alle im Kopf. Ich hab' mich gar nicht merken. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin hier auch vom Lexus vorbeigelaufen, um hier reinzukommen. Dann hab' ich entdeckt, oh, jetzt gibt ja einen besseren Weg. Boah, jetzt hab' ich Blutung schon wieder. Ja. Die Wunde ist gerissen. Die alte Kriegsverletzung. Hier musst du reingucken in den Raum. Da muss irgendwo ein Automat stehen. Was ist denn hier? Ja. Fasten? Ja. Eigentlich sind ja hier zwei. Ja, aber einer geht los. Ich finde ja nur da. Die klopfen, alter. So, ich gucke mal jetzt hier. Da feuert einer mit einer M700 Bildrechte Kampfer. Oh, da kommt rein. Alter. Wann wo? Ja, gute Frage. Die Schüsse sind hinter dem Auto eingeschlagen. Könnte ich schon sagen. Ich denke mal, irgendwo so. Irgendwo rechts an der Hauswand lang. Hm, ich gucke, ich sehe nichts. Nee, da sind Blumen. Oh, die rot-weißen Blumen, alter. Da denke ich auch jedes Mal hier steht. Das Käff mit seiner scheiß rot-weißen Jacke. Hm. Oh, ich habe ja wieder keine Ausdauer. Ich kann es nur sparen. Ähm. Was? Aua. Ja, das ist ein Mensch. Aua. Ich hole doch mal rein hier. Was? Das ist der, der mich hochgetroffen hat. Ey, ich habe hier zwei schwere Blutungen. Ey, ich bin gleich tot, alter. Dieser Vollidiot. Vollidiot. Keine Ahnung, wo der ist sie hier. Gibt es überhaupt nicht. Musik ähnlich und er trifft. Das ging nicht gut, oder? Ich glaube. Ich denke, Thorax hat Prio vorm Bein, alter. Theoretisch, ja. Ja, macht er nicht. Ich habe gerade Jussi, der kapariert sich ist bei ihm. Ey. Ey, das Crystal ist gleich alle. Ich habe nur noch 310. Oh, oh, oh. Da sind doch nicht mal viele Skepsis. Das ist machbar. Ey, ich gucke da hin. Ich sehe nichts. Auf einmal kriege ich hier. Ja. So, was bei mir noch. Wo du gefragt hast, woher. Keine Ahnung. Ringsrum nichts. Da schießt du auch wie durchs Auto, oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da hängt in irgendein so ein Busch. Aber man sieht ihn halt nicht, ja. Jetzt johin kennt das. So, mir geht es wieder besser. Ich muss noch mal gucken, wo es ist. Ach, doch, Alter. Ich schmeiße eine Granate. Ich weiß es nicht. Ich muss eh noch mit der Schraubflinde irgendwie. Da sterbt er uns. Oh, da läuft er weg. Das kann man vergessen. Ja, da ist er. Das wäre ja. Das sind deine Sphäre. Das ist der Gegner. Ja, das geht gut. Hä, wieso klingelst du nicht? Äh, äh, äh. Ist der tot schon? Ja. Hä, waren das keine 35 Meter, oder was? Das waren doch zwei. Ich habe die auf die Brust geschossen, die Idioten. Hä, es fehlen noch zwei. Was, willst du mich verarschen? Hä? Hä, das kann überhaupt nicht sein. Das geht ja gar nicht. Ach, komm, ey. Das Spiel will mich doch hier fertig machen, aber total, Alter. Kommt einer? Es kann sein, dass er hier durch die Bank da durchkommt. Da ist er. Links von uns. Ist er auch noch links? Ey, ne, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, Alter. Waren das jetzt keine 35 Meter, oder was? Hier kommt einer. Ja. Noch einer. Er kriegt in die Fresse und fällt einfach nicht um. Nee. Oh, ich dachte, das wäre es jetzt. Theoretisch ja. Jetzt stelle ich mich nochmal hin und muss mal gucken. Da stand der Nächste. Aber ich muss gucken, ob die Heilung haben. Aua. Es sei denn eher noch ganz dicht, Alter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist nicht normal, Alter. Das ist einfach nicht normal hier. Knallt es drei ab und da steht das vierte Arschloch schon irgendwo in der Pampa rum. Ey, da kommt noch einer. Au. Eie waren das. Ich muss langsam nochmal nachglitten, mehr. Die sind noch nicht ganz dicht, Junge. Da kommen noch mehr. Die zwei schaffst du hier noch. Das ist eine gute Stelle, denk ich. Die werden wir auch ausgeschöpfen. Hörlich. Die Arsche, Arsche. Ich würde sie gleich mit Schrot erschießen sollen. Ja. Wie, die Arsche ist ja egal. Nein. Die Arsche ist das weg? Ja, dann machen wir hier mit. Ja. 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 Ja, ja. Ich stand hier, da bis zum Zaun, ja es kann sein, dass es keine 35 Meter sind. 34,7. Ich habe es fertig. Es ist nicht zu fassen, Alter, es ist einfach nicht zu fassen. Kriege ich die überhaupt noch weggeheilt? Nee. Komm, hör auf, Junge. Es ist nicht, die Arme sind auch schon wieder weg. Ach komm. Oh, die Quest ist fertig, Alter. Bremst du? In rein, ja, ja. Vielleicht kommen noch welche. Sieben Tage Zeit für 50 Skeps, das schaffst du immer. Hm. Die siebte Acker für 50 Skeps, ja, aber nicht so eine Scheiße. Geht nicht auf Streets. Nee, nicht auf Streets. Ich muss Kasten noch machen, hier 25 mit der AKSU. Das macht mir jetzt Spaß. Und das wäre jetzt auch nur hier. Der Christian ist ja schon eine Macke an dem Brot. Ja, da kommt der nächste für mich. Da kommt die Rechte. Hey. Hey. Tür auf. Hä? Hä? Ja, ist weggeglitscht. Was? Alter. Rausgeglitscht, Alter. Inladen durchs Schaufenster. Wupp, stand da draußen auf EMA. Ich suche den hier drunter. Was ist denn das? Hä? Hä? Das ist nicht normal. Wie willst du die treffen? Wenn die Rechte weg sind. Hä? Hä? Ich hab keine Heilung mehr. Hä? Hä? Da müssen wir noch raus. Ja, ich bin gerade, ich bin gewiss. Damaged house. Das ist ja auch immer. Was tut das? Oh, oh, ey. So nicht passiert. Da stand noch eh noch raus, ne? Alter, ich ist mal gut hier. Ach, komm. Boah, schnell. Das ist jetzt nicht mehr normal. Nämlich Prax. Und jetzt schießt den Sniper da oben runter, dann können wir hier durchbrennen. Ja. Klotzender Idiotchen. Er guckt grad nicht. Er guckt grad nicht. Er schießt ihn jetzt. Das krieg ich auch noch nicht. Also wo ist du jetzt? Boah. Ich bin hier an der Strasse heran. Hier an der Strasse. Ach, okay. An dem Bus oder was das hier ist. Ne, Strasse. Ach, hier. Ich auch hier. Ich hab dich. Ich habe ein Fisch. Ich hab dich. So, jetzt mal eine andere Map, ich kann es langsam nicht mehr sehen. Ich bin tief. Nie wieder mache ich diese Prest oder so nix ähnlicher. Oh, wie er da hängt mit den Eiern. Schön angelehnt, mit der Rundung. Ja, eine schöne Eier abgelegt, auf dem Rand. Ja. Muss noch weh getan haben zum Schluss. Ob er es noch gemerkt hat? Ich denke ja. Ja, aber geil. Ich denke ja. So, dann kommen wir mal zum Reine-Quest. Ich muss das lange genug jetzt hier dran glauben. Das ist das hier. Ja. Das ging eigentlich nicht. Das ist nicht schlimm. Nee, nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Ich habe es mal gemacht und mir reicht es. Das war ja nicht mehr. Weil die abbeingeströmt sind. Geil. Ich gehe den anderen weg. Geil. Hey, der so schnell war. Das war ja. Das war ja nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt mit einem Fl задачischen Samt,